Ein Mann kauft ein Pferd für 2000 Euro. Der Bauer zählt das Geld und sagt... Okay, wir treffen uns morgen wieder hier. Morgen bringe ich dir dein Pferd. Am nächsten Tag sagt der Bauer verzweifelt... Es tut mir leid, Junge. Das Pferd ist gestorben. Der Mann ist genervt und sagt... Ja, dann gib mir einfach mein Geld zurück. Ich kann nicht. Ich habe das Geld schon ausgegeben. Ja, na gut. Dann bring mir das tote Pferd. Was willst du mit einem toten Pferd? Ich werde ihn verlosen. Du kannst doch kein toten Pferd verlosen. Natürlich kann ich das. Ich werde einfach niemandem sagen, dass das Pferd tot ist. Eine Woche später sehen sie sich wieder. Und? Hast du das Pferd verlost? Der Mann sagt... Na klar, ich habe 500 Lose für jeweils 50 Euro verkauft. Ich habe 25.000 Euro gemacht. Der Bauer ist schockiert. Hat sich denn keiner beschwert? Der Mann lacht. Nur der Gewinner und ihn habe ich seine 50 Euro zurückgegeben. Ich habe die 49 Euro gekauft. Untertitelung des ZDF, 2020